Am Montag ist ein Sturm über den Großteil Österreichs hinweg gerauscht. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kurz ZAMK, wurde am Vormittag in tiefen Lagen in Niederösterreich, in Wien und im Nordburgenland Windspitz von 80 bis knapp über 100 Kilometer pro Stunde gemessen. Auf vielen Bergen erreichen die Böen noch höhere Werte, am Sonnenwendstein in Niederösterreich und am Feuerkogel in Oberösterreich sogar jenseits der 130 Kilometer pro Stunde. Auch am Montagnachmittag und am Montagabend musste man im Großteil des Landes mit Sturmböen rechnen, mit Schwerpunkt in der Osthälfte Österreichs. Erst in der zweiten Nachthälfte sollte der Wind deutlich nachlassen. Der Dienstag dürfte noch zeitweise windig, aber nicht mehr so stürmisch sein wie der Montag. Mittwochs ist der Windflot ZAMG schwach und am Donnerstag und Freitag wieder stärker bis stürmisch zu Wien. Der Sturm hat am Montag für etwa 200 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Betroffen waren laut Franz Reesberger vom Landeskommando vorwiegen Bezirke im Süden des Bundeslandes. Ausrücken mussten die Helfer unter anderem wegen umgestürzten Bäumen, die Straßen blockierten oder in Stromleitungen hingen und Plakatwände sowie wegen loser Dachziegel. Auch Lkw-Anhänger kippten um, so etwa auf der B17. In Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau in der Rax im Bezirk Neunkirchen war eine Plane in einer Hochspannungsleite geweht worden, hat dadurch Feuer gefangen und in der Folge einen kleinen Waldbrand ausgelöst. Die Flammen wurden laut Reesberger rasch gelöscht. Weil in Himberg bei Wien ein Stromkasten gekippt war, musste der Friedhof gesperrt werden, berichtet die Feuerwehr der Marktgemeinde im Bezirk Bruck an der Leiter. Teile des Industriegebietes waren vorübergehend ohne Strom. Mehrere Bäume stürzten um. Der Sturm brachte auch die Wiener Feuerwehr an ihre Leistungsgrenzen. Bis zum späten Donnerstagnachmittag wurden mehr als 100 Einsätze durchgeführt. Unter anderem musste ein Mobilklo aus dem Donaukanal geborgen werden. Um 16 Uhr fielen in Teilen der Innenstadt und des Eisergrundes die Stromversorgung aus, wovon etwa 300 Haushalte betroffen waren.